In diesem Video für die Veranstaltung Textindexierung hier am KIT im Wintersemester 2021-2022 werden wir uns mit langes Kamm Prefix Arrays beschäftigen. Im letzten Video haben wir uns ja mit Suffix Arrays beschäftigt. Als kurze Wiederholung, Suffix Arrays enthalten die Startpositionen aller lexikografisch sortierten Suffixe. Sie sind somit eine Permutation der Zahlen von 1 bis n, sodass die Suffixe, die im Suffix Array weiter vorne stehen, lexikografisch kleiner sind als die Suffixe, die weiter hinten im Suffix Array stehen. Im letzten Video haben wir uns dann angeguckt, wie wir Suffix Arrays mithilfe des Size-Algorithmus in Linearzeit konstruieren können. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Long-to-Camm Prefix Array, oder kurz LCP Array. In diesem Array speichern wir die Länge des längsten gemeinsamen Präfixes zweier lexikografisch konsekutiver Suffixe, also zwischen genau den Suffixen, die im Suffix Array direkt hintereinander stehen. Um genauer zu sein, steht an der i-ten Position im LCP Array die Länge des längsten gemeinsamen Präfixes der Suffixe SAI und SAI-1. Da das lexikografisch kleinste Suffix keinen Vorgänger hat, definieren wir den LCP-Wert hier als 0. In diesem Video gucken wir uns nun an, wie wir das LCP Array effizient konstruieren können und wofür wir das LCP Array verwenden können. Fangen wir mit der Konstruktion an. Unsere Aufgabe ist es nun, für einen Text das LCP Array zu konstruieren. Da dieses fast immer in Verbindung mit dem Suffix Array genutzt wird, gehen wir davon aus, dass wir auch das Suffix Array zur Verfügung haben. Der offensichtliche und naive Ansatz ist nun, einfach die Präfixe der Suffixe im Suffix Array zu vergleichen, solange bis sie die Zeichen unterscheiden. Im schlimmsten Fall erhalten wir so eine Laufzeit von O von N². Diese Laufzeit wird zum Beispiel für Texte erreicht, die nur aus einem Zeichen bestehen. Solche Texte nennen wir auch All-A-Texte, also Texte, die nur aus dem Zeichen A bestehen. Da wir weiterhin davon ausgehen, dass unsere Texte am Ende ein Sentinel haben, entspricht das LCP Array einer monoton aufsteigenden Folge. Die ersten beiden Einträge sind 0 und ab dann wird der Wert immer um 1 größer, da das einzige unterschiedliche Zeichen unser Sentinel ist. Wenn wir das LCP Array jetzt schneller konstruieren möchten, dann können wir offensichtlich nicht alle Suffixe naiv miteinander vergleichen. Stattdessen möchten wir nur die noch nicht verglichenen Teile des Textes miteinander vergleichen. Hierzu können wir eine Eigenschaft des LCP Arrays ausnutzen. Wenn es einen Eintrag L größer 0 im LCP Array gibt, dann gibt es auch einen Eintrag L-1 im LCP Array. Den Beweis dieser Aussage können wir auch einfach skizzieren. Nehmen wir an, dass die Suffixe i und j für den LCP Array Eintrag L größer 0 verantwortlich sind. Jetzt gibt es zwei Fälle. Wenn die Suffixe i-1 und j-1 im Suffix Array nebeneinander stehen, dann müssen diese einen LCP Array Eintrag von L-1 haben, da wir ja nur das erste Beiden der beiden Suffixe abgeschnitten haben. Die andere Möglichkeit ist, dass die beiden Suffixe nicht nebeneinander im Suffix Array stehen. In diesem Fall können die LCP Array Werte zwischen den beiden Suffixen größer gleich L-1 sein. Es muss aber mindestens einmal der Wert L-1 vorkommen, da sonst auch die Suffixe i-1 und j-1 einen größeren LCP Array Wert hätten. Für den ersten LCP Array Konstruktionsalgorithmus verwenden wir noch ein weiteres Hilfs Array, das Inverse Suffix Array. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um die Inverse Permutation des Suffix Arrays. Anders formuliert steht an der i-ten Stelle im Inversen Suffix Array die Position, an der das i-te Suffix im Suffix Array steht. Ein Beispiel für das Suffix Array und das dazugehörige Inverse Suffix Array ist rechts abgebildet. Damit können wir dann auch mit dem ersten LCP Array Konstruktionsalgorithmus starten. Zunächst in Zeile 1 konstruieren wir das Inverse Suffix Array. Danach setzen wir die aktuell betrachtete Länge für unseren LCP Wert auf 0 und den ersten LCP Array Eintrag auf 0, denn dieser ist ja per Definition 0. Anschließend iterieren wir über alle Suffixe, angefangen beim ersten Suffix bis hin zum letzten Suffix in der Schleife in Zeile 3. In Zeile 4 gucken wir, ob es sich dabei um das lexikografisch kleinste Suffix handelt, welches den Eintrags 1 im Inversen Suffix Array hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann gucken wir, welches Suffix im Suffix Array vor dem Suffix vorkommt. Jetzt müssen wir den Text naiv vergleichen. Ganz naiv allerdings nicht, denn wir können bei dem Startwert L anfangen. Wir vergleichen dann die beiden Suffixe so lange, wie sie gleich sind. Anschließend schreiben wir das Ergebnis ins LCP Array. Der Trick ist jetzt, dass wir den eingetragenen LCP Wert nur um 1 reduzieren. Wir wenden also hier die Eigenschaft an, die wir vorhin beschrieben haben. Das nächste Suffix i plus 1 hat mindestens einen LCP Wert von L minus 1. Der Algorithmus wiederholt die Schleife nun wie beschrieben für jedes Suffix. Gucken wir uns das einmal an einem Beispiel an. Ihr könnt den Algorithmus am Beispiel rechts ja einmal durchgehen und wir gucken uns gleich an, ob eure Lösung korrekt ist. Das erste Suffix finden wir an Position 3 im Suffix Array. Das können wir im inversen Suffix Array ablesen. Im Suffix Array steht das zwölfte Suffix vor dem ersten Suffix. Wir müssen also hier die beiden Suffixe vergleichen, bis wir ein Mismatch haben. Wir sehen, dass die beiden Suffixe ein längstes gemeinsames Präfix der Länge 1 haben. Das können wir nun ins LCP Array eintragen. Wichtig ist hier noch, wir tragen den Wert natürlich an der Stelle 3 ins LCP Array ein, denn dort kommt im Suffix Array das erste Suffix vor. Im nächsten Schritt machen wir das gleiche für das zweite Suffix. Vor dem zweiten Suffix steht das elfte Suffix im Suffix Array. Also vergleichen wir die beiden Suffixe. Dieses Mal finden wir ein längstes gemeinsames Präfix der Länge 2. Das können wir nun an die korrekte Stelle im LCP Array eintragen. Jetzt kommen wir auch zur Besonderheit des Algorithmus. Da wir einen LCP-Wert von 2 hatten, wissen wir, dass der LCP-Wert in der nächsten Iteration mindestens 1 sein muss. Wir müssen das erste Zeichen also nicht vergleichen. In diesem Fall müssen wir Suffix 3 und 6 miteinander vergleichen und können an Textposition 4 und 7 beginnen. Hier haben wir einen LCP-Wert von 5. Anschließend setzen wir den Algorithmus fort und erhalten das folgende LCP Array. Und konntet ihr das korrekte LCP Array mit dem Algorithmus berechnen? Hier haben wir an der Tafel jetzt die Korrektheit und Laufzeit des Algorithmus nachgewiesen. Der Vollständigkeit halber skizziere ich hier die Idee jetzt ebenfalls. Fangen wir mit der Laufzeit an. Wir müssen uns überlegen, warum der Algorithmus in linearer Laufzeit das LCP Array berechnet. Hierfür ist wichtig, dass der maximale LCP-Wert L-2 ist. Zumindest wenn wir ein Sentinel haben, sonst wäre er L-1. In jeder Iteration verringern wir den LCP-Wert L um maximal 1. Das bedeutet, dass wir den LCP-Wert nicht beliebig oft erhöhen können, wenn wir ein korrektes LCP-Array berechnen wollen. Denn in einem LCP-Array muss ja auch, wie wir am Anfang gesehen haben, jeder kleinere LCP-Wert vorkommen. Und die Vorschleife in Seite 3 hat insgesamt nur N-Iteration. Für die Korrektheit müssen wir nun zeigen, dass alle LCP-Werte korrekt sind. Da wir immer einen Vergleich bis zu einem Mismatch durchführen, sind sie korrekt, wenn wir nicht einen vorherigen Mismatch durch die Wahl von L übersprungen haben. Dies kann aber mit der gleichen Begründung, die wir schon für das Lemma über die Werte im LCP-Array verwendet haben, nicht der Fall sein. Und somit haben wir eine kleine Skizze für den Korrektheitsbeweis, der uns für dieses Video genügen soll. Jetzt haben wir zwar einen Nährzeit-Algorithmus, um das LCP-Array zu berechnen, der Algorithmus hat aber noch ein paar Nachteile. Bevor wir auf diese Nachteile zu sprechen kommen, gucken wir uns noch einen weiteren Algorithmus an. Für diesen Algorithmus brauchen wir das Phi-Array. Das Phi-Array enthält als iten-Eintrag das Suffix, mit dem wir das ite-Suffix vergleichen müssen, um den Eintrag für das ite-Suffix im LCP-Array zu berechnen. Das Phi-Array gibt uns also genau an, welches Suffix wir für den nächsten Vergleich brauchen. Da das lexikografisch kleinste Suffix kein Suffix hat, mit welchem wir einen LCP-Array-Eintrag berechnen können, handelt es sich bei dem Phi-Array nicht um eine Permutation der Zahlen von 1 bis n. Der auf dem Phi-Array basierende Algorithmus zur Berechnung des LCP-Arrays funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich zum Algorithmus, den wir uns gerade angeguckt haben. Statt dem Inversen-Suffix-Array konstruieren wir zunächst das Phi-Array. Das heißt, wir kennen nun für das ite-Suffix das Suffix Phi von i, welches wir benötigen, um den LCP-Array-Eintrag zu berechnen. Wir merken uns wieder die Länge l, um den Trick vom ersten Algorithmus anwenden zu können und iterieren wieder über alle Suffixe. Der große Unterschied zum ersten Algorithmus ist nun, dass wir die Ergebnisse nicht direkt an die korrekte Stelle im LCP-Array schreiben können. Für jedes Suffix finden wir sehr einfach das Suffix, welches wir für die Berechnung des LCP-Array-Eintrags brauchen. Wir haben ja das Phi-Array gespeichert. Dann berechnen wir den LCP-Wert wie gehabt. Im Anschluss können wir das Ergebnis aber nicht direkt ins LCP-Array schreiben, denn wir wissen ja gar nicht, an welcher Stelle wir es schreiben müssen. Wir wissen an dieser Stelle nämlich nicht, an welcher Position im Suffix-Array das ite-Suffix vorkommt. Natürlich könnten wir das hier einfach berechnen. Das müssen wir aber gar nicht. Stattdessen überschreiben wir zunächst den Eintrag im Phi-Array. Den brauchen wir ja nun nicht mehr. Nachdem wir alle LCP-Werte berechnet haben, übertragen wir sie ins LCP-Array. Hierfür berechnen wir nun das inverse Suffix-Array implizit und schreiben den LCP-Wert aus dem Phi-Array an die korrekte Stelle im LCP-Array. Pausiert das Video am besten einmal an dieser Stelle und führt den Algorithmus für das Beispiel rechts durch. Und seid ihr auf die korrekte Lösung gekommen? Die Idee für den Laufzeit- und Korrektheitsbeweis sind ähnlich wie beim ersten Algorithmus. Hier könnt ihr euch einmal überlegen, wie man diese anpassen müsste. Warum haben wir uns jetzt noch einen zweiten Algorithmus angeguckt? Es gibt in der Praxis den Effekt der Cache-Misses. Das heißt, es müssen Daten aus dem Hauptspeicher geladen werden, da sie noch nicht in einem Cache vorhanden sind, bevor mit diesen gearbeitet werden kann. Leider sind Caches relativ klein und können nicht beliebig viele Daten halten. Auf der rechten Seite sehen wir auch die Zugriffszeiten auf die unterschiedlichen Caches und den Hauptspeicher. Wir sehen also, dass wir möglichst immer alle Daten im Cache haben wollen. Vereinfacht gehen wir jetzt im Folgen davon aus, dass wir im schlimmsten Fall bei zufälligen Zugriffen auf den Speicher ein Cache-Miss haben. Hier sehen wir die beiden Algorithmen nebeneinander. Überlegt euch doch einmal, wie viele Cache-Misses die beiden Algorithmen haben. Die Zeilen, in denen es zu Cache-Misses kommen kann, haben wir hier rot markiert. Es sind genau die Zeilen, in denen wir zufällig auf den Speicher zugreifen möchten. Links einmal, wenn wir das Inverse-Suffix-Array berechnen und hierfür die Reihenfolge der Suffix-Array-Einträge durchlaufen. Dann noch einmal, wenn wir das Suffix-Array in Reihenfolge des Inversen-Suffix-Arrays durchlaufen. Den Text durchlaufen wir auf der einen Seite von links nach rechts. Auf der anderen Seite ist die Position j, aber ebenso zufällig. Im letzten Schritt ist der Zugriff auf das LCP-Array wieder zufällig. Im zweiten Algorithmus sieht es ähnlich aus. Beim Berechnen des V-Arrays, beim Vergleichen der Suffixe und beim Schreiben des LCP-Arrays haben wir zufällige Speicherzugriffe. Anders als beim linken Algorithmus haben wir jedoch nur drei Cache-Misses im Worst-Case pro Durchlauf der Schleife statt vier. Die Frage ist nun, wie viel macht das in der Praxis aus? Hierfür gucken wir uns jetzt gleich ein paar Messwerte an. Für die Experimente haben wir die Texte der Größe 50 MB aus dem Pizza- und Chili-Korpus verwendet. Durchgeführt wurden die Experimente auf einem Laptop mit AMD-CPU. Die Ergebnisse sind der Durchschnitt aus fünf Wiederholungen. In der Tabelle können wir sehr gut sehen, dass der naive Algorithmus immer der langsamste Algorithmus ist. Mit Abstand. Der zweite Linearzeit-Algorithmus, den wir uns angeguckt haben, ist deutlich schneller als der erste der beiden Linearzeit-Algorithmen. Hier können wir in der Praxis deutlich die Auswirkungen der Cache-Misses sehen. Denn abgesehen von den Cache-Misses sind beide Algorithmen sehr ähnlich. Wir vergleichen in Summe die gleiche Menge an Zeichen und gehen gleich oft durch Hilfs-Arrays. Der einzige Unterschied ist die Reihenfolge, in der wir auf bestimmte Daten zugreifen und die damit verbundene Anzahl an Cache-Misses. Das Array, welches wir beim zweiten, schnelleren Algorithmus zuerst berechnen, bevor wir es ins LCP-Array übertragen, ist das sogenannte permutierte LCP-Array, oder kurz PLCP-Array. Hier sind die LCP-Array-Einträge in Textreihenfolge sortiert. In dem Beispiel rechts ist die grüne 0, die ja eigentlich zum 13. Suffix gehört, nun auch an der 13. Position im PLCP-Array zu sehen. Gleiches gilt für die lilanen 0, die zum ersten Suffix gehört, die blaue 3, die zum neunten Suffix gehört, und so weiter. Wir ordnen also einfach nur die Zahlen im LCP-Array um, um das PLCP-Array zu erhalten. Im PLCP-Array gilt dann genau die Eigenschaft, dass der linke von zwei aufeinanderfolgenden Einträgen um maximal 1 größer ist als der rechte der beiden Einträge. Also genau eine Verschärfung der Eigenschaften, die wir bisher angenommen haben. Wir können das Ganze sogar noch weiter konkretisieren. Wir nennen einen Eintrag i im PLCP-Array irreduzibel, wenn das Zeichen an Textposition i minus 1 gleich den Zeichen an Textposition phi von i um 1 reduziert ist. Also genau dann, wenn das Zeichen vor dem gerade betrachteten Suffix gleich dem Zeichen vor dem Suffix ist, mit dem das aktuelle Suffix für den Eintrag im PLCP-Array verglichen wird. Wenn ein Eintrag i im PLCP-Array irreduzibel ist, dann wissen wir, dass er um genau 1 kleiner ist als der Wert an der Position i minus 1 im PLCP-Array. In vielen erweiterten Rechenmodellen, wie zum Beispiel dem externen Speicher, bietet es sich an, nur die irreduziblen PLCP-Array-Einträge zu berechnen und alle weiteren Einträge daraus abzuleiten. Die Gesamtgröße aller irreduziblen PLCP-Array-Einträge lässt sich sogar mit n log n abschätzen. Jetzt gucken wir uns noch Anwendungen für das LCP-Array an. Im vorherigen Video haben wir uns ja schon mit der Mustersuche im Suffix-Array beschäftigt. Die Idee hierbei war, dass wir binär im Suffix-Array suchen und das Intervall, in dem das Muster vorkommen kann, einmal von unten und einmal von oben einschränken. Das teure hierbei waren die Vergleiche zwischen Text und Muster. Dies lässt sich mit dem LCP-Array vereinfachen. Um das Ganze aber vereinfachen zu können, benötigen wir noch eine weitere Datenstruktur, mit der wir sogenannte Range-Minimum-Queries, kurz RMQs, beantworten können. Nehmen wir an, dass wir ein Array von Zahlen gegeben haben. Jetzt möchten wir für ein beliebiges Intervall in dem Array die Position des kleinsten Elements im Intervall berechnen. Es gibt eine Datenstruktur, mit deren Hilfe wir diese Art von Anfrage in konstanter Zeit beantworten können und hierfür nur linear viel Platz benötigen. Wie diese Datenstruktur genau aussieht, gucken wir uns in der Veranstaltung Advanced Data Structures an. Mit Hilfe von RMQs und dem LCP-Array können wir nun das längste gemeinsame Präfix zwischen zwei beliebigen Suffixen in konstanter Zeit bestimmen, denn die Länge entspricht genau dem Minimum im LCP-Array zwischen diesen beiden Positionen. Hierbei müssen wir nur darauf achten, dass wir das Intervall für unsere RMQ richtig wählen, denn der Wert im LCP-Array bezieht sich ja immer auf das entsprechende Suffix an der Stelle im Suffix-Array und dem Suffix ein Eintrag weiter links im Suffix-Array. Nun nutzen wir RMQs und das LCP-Array, um die Mustersucht zu beschleunigen. Hierfür stellen wir uns vor, dass wir in einer der beiden binären Suchen sind und das Muster mit der Mitte des Intervalls L und R vergleichen möchten. Wir wissen, dass die ersten Lambda-Zeichen des Musters mit dem Suffix an der linken Grenze übereinstimmen und Roh-Zeichen mit dem Suffix an der rechten Grenze. Wir können ohne Einschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass Lambda mindestens genauso groß ist wie Roh, sonst müssen wir alle getroffenen Aussagen einfach entsprechend anpassen. Sei I jetzt die Mitte zwischen L und R. Wir können den LCP-Wert zwischen dem Suffix an Position I im Suffix-Array und dem Suffix an Position L einfach mit der Hilfe einer RMQ bestimmen. Wir nennen den Wert im folgenden Xi. Das heißt, das Suffix an Position L im Suffix-Array und das Suffix an Position I im Suffix-Array haben ein längst gemeinsames Präfix von Xi-Zeichen. Jetzt gucken wir uns drei Fälle an. Erstens, Xi ist größer als Lambda. In diesem Fall wissen wir, dass das Lambda plus erste Zeichen bei der Suffixe gleich ist. Da aber L die untere Grenze ist, also lexikografisch kleiner ist als das Muster und sich zudem an der Lambda plus ersten Position von dem Muster unterscheidet, muss das Suffix an Position I im Suffix-Array ebenfalls lexikografisch kleiner sein als das Muster. Wir können also Position I als neue untere Grenze wählen, ohne ein Zeichen vergleichen zu müssen. Der zweite Fall ist, dass Xi gleich Lambda ist. In diesem Fall können wir keine Aussage über den lexikografischen Vergleich des Musters und des Suffixes an Position I im Suffix-Array treffen. Wir müssen also beide Zeichenweise miteinander vergleichen. Glücklicherweise müssen wir aber nicht beim ersten Zeichen anfangen, da wir wissen, dass die ersten Lambda-Zeichen mit dem Suffix an Position L im Suffix-Array übereinstimmen. Wir können also am Lambda plus ersten Zeichen mit dem Vergleich beginnen. Der dritte Fall ist, dass Xi kleiner ist als Lambda. In diesem Fall wissen wir, dass es einen Mismatch innerhalb der ersten Lambda-Zeichen gegeben haben muss. Da diese Zeichen aber mit dem Muster übereinstimmen, muss das Suffix an der Innenposition im Suffix-Array lexikografisch größer sein als das Muster. Wir passen also die obere Grenze entsprechend an und auch die Anzahl roh an Zeichen, die sich die obere Grenze mit dem Muster teilt. Auf diese Art und Weise können wir die Mustersuche beschleunigen. Wir können nun nämlich Muster in Zeit O von M plus Log N finden, wobei N die Textlänge und M die Länge des Musters ist. Des Weiteren können wir alle Vorkommen in Zeit O von M plus Log N plus Anzahl der Vorkommen ausgeben. Wie wir auf diese Laufzeiten kommen, können wir uns auch kurz herleiten. Wir haben während der binären Suche ja drei Fälle. In den beiden Fällen, in denen Xi ungleich Lambda ist, halbieren wir jeweils das betrachtete Intervall, ohne ein einzelnes Zeichen vergleichen zu müssen. Das können wir maximal Log N mal tun. Im anderen Fall, Xi ist gleich Lambda, müssen wir das Musterzeichenweise vergleichen. Da wir hier aber kein schon gematchtes Zeichen erneut vergleichen müssen und das Intervall anschließend trotzdem halbieren, kommen wir auf die Laufzeit von Groß O von M plus Log N. Eine ähnliche Argumentation haben wir schon bei der Laufzeit von Trice im Video zu Kapitel 1 gesehen. Ein weiteres Anwendungsgebiet von LCP-Arrays ist die Suffixbaumkonstruktion. Bisher haben wir noch keinen effizienten Konstruktionsalgorithmus für Suffixbäume kennengelernt. Jetzt gucken wir uns an, wie wir mithilfe des Suffix und des LCP-Arrays in Linearzeit einen Suffixbaum berechnen können. Das Suffix-Array liefert uns hierfür die Suffixe schon in passender Reihenfolge, denn auch im Suffixbaum waren die Suffixe ja lexikografisch sortiert. Wir können jetzt das LCP-Array benutzen, um schnell herauszufinden, an welcher Stelle das nächste Suffix eingefügt werden muss. Stelle meint hier Stringtiefe auf dem Pfad von der Wurzel zum rechtesten Blatt. Das nächste Suffix kann nur auf diesem Pfad eingefügt werden, da wir die Suffixe in lexikografisch aufsteigender Reihenfolge einfügen. Gucken wir uns das Ganze am besten mal an einem Beispiel an. Zunächst fügen wir das neunte Suffix ein. Hierzu erzeugen wir einen neuen Pfad von der Wurzel direkt zum Blatt. Da das achte Suffix kein gemeinsames Präfix mit dem neunten Suffix hat, fügen wir das achte Suffix direkt an der Wurzel ein. Die neu eingefügte Kante enthält als Beschriftung das gesamte Suffix. Das nächste Suffix, also das vierte Suffix, hat einen LCP-Wert von 1. Das heißt, wir müssen die Kante bei Stringtiefe 1 aufteilen, um dann von dem neu eingefügten Knoten ausgehend das vierte Suffix einzufügen. Wenn wir diesen Prozess nun entsprechend fortsetzen, können wir Schritt für Schritt den Suffixbaum aufbauen und müssen hierfür zum einen nur den rechtesten Pfad betrachten und können zum anderen die Position, an der der nächste Pfad beginnen muss, einfach mit Hilfe des LCP-Arrays bestimmen. Damit haben wir dann auch schon das Ende dieses Videos erreicht. Wir haben uns mit der Linearzeitkonstruktion von LCP-Arrays beschäftigt und die Suffixbaumkonstruktion mit Hilfe des LCP-Arrays angeguckt. Zudem haben wir ein paar interessante Eigenschaften des LCP-Arrays kennengelernt und uns angeguckt, wie man in der Praxis die Berechnung des LCP-Arrays beschleunigen kann. Im nächsten Video gucken wir uns dann an, wie wir mithilfe des Suffix-Arrays und des LCP-Arrays Texte komprimieren können. Damit wären wir dann auch mit diesem Video fertig, da sich die letzte Folie nur noch mit Details zum Projekt beschäftigt. Einen Link zu den Folien findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bei Fragen gerne fragen und bis zum nächsten Mal.